Hallo und herzlich willkommen zurück zu C64 Classics Gold 2 CD, heute mit Combat Curse. Ähm, ja, da ist... Jetzt kommt eine Fehlermeldung zur Info, es befindet sich kein Datenträger im Laufwerk, obwohl die CD da drin ist. Aber, keine Ahnung woran das liegt. Hm, seltsam, aber okay. Ist mir bis jetzt auch schon ein paar Mal aufgefallen. Es ist irgendwie nicht immer so. Und wir starten mal rein in Combat Curse, wenn das funktioniert irgendwie. Vielleicht ist das auch bloß ein Musikstück. Ah. Jetzt passiert gar nichts mehr. Buuuu, schaa, hallo? Dass da unten auch dieses rote Lichtlein aufblinkt, das gefällt mir hier gar nicht. Ähm, hallo? 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 Ne. Doch, jetzt passiert was. Nein. Schwarz! Ähm, schauen wir mal. Pause, detach, Karte ist freeze, nö. Hm. Hallo? Jetzt hat's. Okay. Ähm. Ähm. Hä? Quitt. Katanga. Brut, kids, Sony, future, Charlie, boss, aka 47. Load. Alan, physical risk combat. Ah, ich verstehe zwar noch nicht ganz, warum hier die ganzen Buttons da sind. Und ich weiß auch nicht, warum mein Computer jetzt gerade so rumtütelt. Ich kann sogar... Hä? Oh, keine Ahnung, was ich... Hä? Hä? Aha, jetzt sagt er mir, da ist ein Datenträger drin. Aber im Laufe der K. Warum H? Eigentlich sollte das E sein und nicht H. Aber okay. Ja, hm. Dann machen wir hier mal Exit. Syntax-Error. Warum? Hallo? Wie funktioniert das? Ja, so bestimmt nicht. Ready. Ähm. Ja. Warum kann ich nicht Exiten? Ähm. Close. Es müsste eigentlich Exit sein, aber es funktioniert nicht. Okay, dann war's das mal mit Combat Curse. Wir spielen mal Cyberdyne Warrior. Es befindet sich wieder kein Datenträger. Okay, im Laufwerk. Heute ist der Wurm drin. Press Fire, du Start. Okay, das funktioniert schon mal besser und die Musik, die ist ewig laut. Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Ja, ich bin ready. Oh, wir haben schon wieder begrenzte Munition. Wir laufen sehr schnell. Und ich hab keinen plastischen Schimmer, was wir machen müssen. Aber. Ich weiß bloß, dass wir hier einen Lebensbalken haben. Ach, da ist irgendein Level up. Oder? Nee. Verstehe ich nicht. Muss ich das verstehen? Ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich oben rum, aber okay. Aua. Das Ding ist schwer zum Treffen. Ich glaub, ich treff das gar nicht. Kann das sein? Die haben aber alles sauviel Leben. Außer die Dinger hier. Ja. Das ist blöd. Zack. Okay, wir spielen Jump and Run. Ja, und jetzt? Hm. I do not understand it, well. Game over? Game over is not good. Okay. Ich würde aber sagen, das war jetzt mal die Chaoten-Folge. Soll ich nächstes Mal nochmal? Ja, hm. Ich lass jetzt nochmal ein bisschen Musik laufen. Und nächstes Mal schau ich mir Cyber-Dine-Warrior nochmal genauer an. Das war seltsam heute. Mhm. Aber jetzt erstmal, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, obwohl es ein bisschen seltsam war. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wegen bei Geldgrüßle, euer Mr. Kruzzi. Tschüssli. 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 Tschüssli.